Wird die eigene Altersrente auf meine Witwenrente angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentembescheid24.de. Auf unserem Kanal haben wir eine Anfrage bekommen von Gänseblumen Sommer. Da ging es darum, was ist mit meiner eigenen Altersrente? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wird diese auf meine Witwenrente angerechnet? Ja, die eigene Altersrente kann auf die eigene Witwenrente angerechnet werden. Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden wir zur Einkommensanrechnung auf eine hinterbliebene Rente in § 97 Sozialgesetzbuch Nr. 6 und in § 18 und 18a SGB IV. Das nur noch mal so kurz als Hintergrund für Sie. Wenn Sie da Interesse haben, können Sie dort einfach mal ein bisschen nachlesen. Es werden grundsätzlich nur Einkommen auf eine Witwenrente, Witwerrente oder Erziehungsrente angerechnet. Auf Waisenrenten findet keine Einkommensanrechnung mehr statt. Die Altersrente zählt grundsätzlich zu dem anrechenbaren Einkommen auf eine Witwenrente. In den ersten drei Monaten der Zahlung einer Witwenrente, in dem sogenannten Sterbevierteljahr, gibt es gar keine Einkommensanrechnung. So sagt es das Gesetz. Die Witwenrente wird dann auch in voller Höhe gezahlt. Danach findet die Anrechnung der Altersrente nur noch dann statt, wenn diese als Netto-Rente, das ist ein bereinigter Betrag, höher ist, als der für den entsprechenden Rentenempfänger oder Rentenempfänger der Witwenrente oder Witwerrente, maßgebenden Freibetrag höher ist. Das heißt also, dieser Freibetrag, derzeit aktuell mit dem allgemeinen Rentenwert mit 33,05 Euro, wird vervielfältigt mit dem Faktor 26,4. Und wenn die um 14% bereinigte Brutto-Rente als Netto-Rente höher ist als dieser Freibetrag, gibt es eine 40%ige Anrechnung auf die Witwen- oder Witwerrente. Die Einkommensanrechnung der Witwen- oder Witwerrente oder auf die Witwer- und Witwerrente ist natürlich relativ schwierig und komplex und auch für den Laien sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Deshalb nutzen Sie bitte bei Bedarf unser Beratungs- und Berechnungsangebot zur Einkommensanrechnung auf die hinterbliebenen Renten. Wo finden Sie das? Auf www.rentenbescheid24.de. Näheres zum Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de oder in unserem Renten-ABC auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.